Ich drehe ja normalerweise nie Reaction-Videos, aber einer meiner Abonnenten hat mich auf ein Video mit dem Titel 15 Gründe, warum Cubase besser ist als Logic Pro hingewiesen. Und da wollte ich dann doch schon mal reingucken. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernste Musikproduktion in Logic Pro. Ich arbeite seit über 17 Jahren, jetzt glaube ich, mit dieser DAW und ich habe nie wirklich was vermisst. Ich habe auch nie in einer anderen DAW gearbeitet oder die großartig ausprobiert. Und deswegen finde ich es immer interessant, wenn ein anderer YouTuber oder irgendjemand anders eine andere DAW, eine andere Marke direkt mit Logic vergleicht. Ob ich da vielleicht doch irgendwie noch Gründe finde, dass diese andere DAW so viel besser macht, dass es einen Grund für mich gibt zu wechseln, weil die einfach so tolle Funktionen hat, die ich in Logic unbedingt vermisse oder unbedingt brauche. In den letzten 17 Jahren ist das noch nicht passiert und ich muss jetzt sagen, dieses Video geht über eine Stunde lang von dem Gentleman hier und deswegen habe ich mir es vorher schon mal angeschaut. Ich mache es also jetzt nicht in Echtzeit, sondern ich habe mir ein paar Sachen rausgepickt, die ich so ganz spannend fand zum Beurteilen. Wir gehen mal in das Video direkt rein und er fängt an mit dem Mixer, was er daran jetzt direkt besser findet als bei Logic. Wir schauen mal rein. Beyond that, there are things you can do here, which you can't do in Logic or Pro Tools. You can resize the faders freely, like it's all fluid here. You can resize. So you can go this way, you know, you can, it's completely resizable, basically. And it's the same thing with the plugins, you know, the whole thing is awesomely resizable. Okay, also da hat er natürlich recht. Zunächst mal, du hast gesehen, das ist praktisch, ja, fluid. Du kannst flüssig die Kanalfeder in der Größe verschieben. Das gleiche kannst du hier oben auch mit den Effekten machen. Das geht jetzt hier bei Logic nicht. Ich habe hier einen Mixer und ich kann jetzt hier eine kleinere Ansicht wählen, eine größere Ansicht wählen. Ich kann den natürlich jetzt hier runterziehen, aber dadurch verkleinert sich nicht das Bild oder die Ansicht, sondern ich mache den einfach nur, es verschwindet dann was von dem Mixer und das Arrangement Window kommt weiter nach unten. Und ich kann auch hier oben, kannst du nichts in der Größe verstellen bei den Effekt-Inserts. Gut, das kann man jetzt als erstes mal als Vorteil bezeichnen. Ja, das sieht erstmal gut aus. Allerdings muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt einen Mix habe mit 67 Spuren oder 98 Spuren oder wie viel auch immer, jeder vernünftige Mischer meines Erachtens macht es so, dass er zunächst mal einen Grundmix macht, dann viele Spuren, gerade bei so einem großen Mix, in Gruppen legt, diese Gruppen dann einklappt, zwecks bessere Übersicht und dann an 8 oder 8 bis 12 Core-Spuren sind es meistens bei mir arbeitet. Das heißt, ich muss nicht die kompletten 7, 8 Stunden, wo ich an so einem großen Mix sitze, jetzt jede Rassel, jeden Schellenreif und jede Percussion-Gruppe permanent sehen. Deswegen brauche ich gar nicht so viele Spuren. Das verwirrt mich sogar eher. Das heißt also, ich mache mal einen Grundmix, dann lege ich Gruppen an. Die kann ich ja dann hier auch zusammenklappen in Logic. Also zwecks bessere Übersicht wird es dann hier auch nochmal kleiner. Das geht übrigens in Logic hier auch im Arrangement-Fenster mit, was es in Cubase nicht tut. Und dann kannst du hier einklappen und hast ein schönes, übersichtliches Fenster. Und dann mische ich, wie gesagt, 8 bis 10 Core-Tracks. Bei einer Rock-Produktion vielleicht Drums, die ich jetzt als eine Spur in dem Fall zählen würde. Die Gitarren, den Bass und die Vocals vielleicht, bei so einer Produktion. Dann habe ich diese rund 10 Spuren vorliegen, an denen arbeite ich die meiste Zeit, weil die einfach am wichtigsten sind. Deswegen empfinde ich das sogar teilweise eher als Nachteil, weil das, was er jetzt da gemacht hat mit dem größer und kleiner ziehen, weil das animiert dich wieder dazu, dich in so kleinen Details zu verheddern und da rumzuspielen, jetzt dass irgendwie der Mixer genau ins Fenster passt und hält dich von deiner eigentlichen Arbeit ab. Außerdem haben Audio-Ingeniers jahrzehntelang an Konsolen gearbeitet, wo du nichts irgendwie kleiner oder größer ziehen konntest und es hat trotzdem funktioniert. Gehen wir in Beispiel Nummer 2. Hier lässt er sich aus über die Ansichten wieder jetzt im Arrangement-Fenster, nicht im Mixer. Und schau mal, was er jetzt hier behauptet, also um die Ansicht jetzt im Arrangement-Fenster größer und kleiner zu machen. Also das behauptet er, dass er jetzt ein Vorteil von Cubase ist. Das ist es aber nicht, weil genau, was er jetzt hier gemacht hat, kann ich in Logic auch machen. Wenn ich eine Magic Mouse 2 besitze, ich halte einfach Option gedrückt und schau mal, was ich jetzt machen kann. Genau das, was er jetzt auch gemacht hat. Also das ist nicht so ganz richtig, was er hier erzählt. Auch das ist in Logic-Problem, wo es möglich. Als nächstes Beispiel bringt er eine Funktion in Cubase, die Double Solo heißt. Ich verstehe das nicht so hundertprozentig, aber noch weniger verstehe ich, warum das ein Vorteil sein soll. Und zwar kannst du in Cubase wohl verschiedene Solo-Szenarien wiederholen. Zum Beispiel, du hast jetzt fünf Instrumente gesolot und dann kannst du sieben andere Instrumente solo und kannst dazwischen hin und her springen, falls du das im Mix so abhören möchtest. Wir schauen mal rein. Also okay, auch hier sehe ich jetzt nicht wieder wirklich, was das für ein Vorteil sein soll. Und vor allem musst du dich auch fragen, wann hast du jemals so ein Szenario? Also das Szenario, das er jetzt beschreibt, dass ich hin und her springen möchte zwischen drei Instrumenten, die gesolot sind und vier Instrumenten, die gesolot sind, also vier anderen. Das brauche ich so nie und ich kann es in Logic auch ganz einfach umsetzen. Also zunächst mal kann ich hier, wenn ich innerhalb von einer Gruppe bin oder auch so, kann ich hier natürlich Spuren schnell solo schalten, wie ich möchte. Wenn du hier jetzt zum Beispiel rüberziehst, das geht ja eigentlich relativ zügig, so wie an einer richtigen Konsole auch, wo du so über die Knöpfe ratterst. Und das, was ich bei ihm nicht so richtig verstehe, ist, dass er offensichtlich nicht mit Gruppen arbeitet. Er hat immer die ganzen Spuren offen und braucht da jetzt Solo-Szenarien. Also meine Solo-Szenarien kann ich hier im Mixer einschalten über meine Gruppen. Ich habe hier eine Gruppe, die ich solo schalten kann und kann diese Gruppe solo schalten. Ich glaube, das macht man doch eigentlich beim Mischen so, dass man schon die logischen Gruppen, die man später auch zusammen abhören möchte, zum Beispiel die Drums als Drum-Gruppe, die legt man sich doch auch zusammen und braucht dann gar nicht die Notwendigkeit, irgendwelche Soloszenarien sich zu erstellen. Also ich kann hier eine Gruppe solo schalten, dann höre ich nur die Gruppe. Ich kann aber auch nur ein Instrument oder drei Instrumente aus dieser Gruppe solo schalten. Ich verstehe das nicht so ganz, was er da jetzt so wahnsinnig toll findet an diesem Double-Solo-Ansatz. Aber vielleicht einer von euch, dann schreibt er mir das bitte gerne in die Kommentare. Ich gehe mal weiter zur nächsten Funktion. Die nächste Funktion, die er beschreibt, sind intelligente Makros. Und das ist echt gut. Das ist echt gut. Schauen wir mal rein. So, if I get a new mix, I don't know what it's gonna have in it, so I bring in all the audio files, or they've been recorded in here or whatever it is, but oftentimes I'm bringing them in from outside. And I need to then go through and color them all. So I've set up a logical editor macro that you make in a logical editor. Very simple to do. I'll show you what it does. I'm going to press a key command. And you can see that is instantly colored, intelligently colored all my tracks. Das ist schon ziemlich cool. Da muss ich sagen, das hätte ich in Logic auch gerne. Also er kann jetzt praktisch, das sind so intelligente Makros. Das heißt, du kannst irgendwie vorherbestimmen, wenn er jetzt liest sozusagen Kick, Snare, Toms, dann weiß er schon, aha, das gehört zu einer Gruppe, die du immer benutzt oder Overheads und so und dann färbt er dir gleich automatisch ein. Also das ist schon heiß, das hätte ich auch gerne. Zum Beispiel Bass 1, Bass 2, das erkennt er dann schon. Wenn du deine Spuren reinziehst, sind die automatisch schon nach Farben sortiert. Das ist richtig cool, das ist ein nettes Gimmick. Allerdings ist es so, weiß ich jetzt nicht, dass jeder Mix ja auch verschieden ist und verschiedene Spuren hat. Von daher weiß ich nicht, ob du dann im Nachhinein nicht doch ziemlich viel nachkolorieren musst. Also das sieht jetzt am Anfang jetzt mal gut aus. Ich weiß aber nicht, weil jeder hat irgendwie eine andere Spur und nicht jeder hat irgendwie eine Harp dabei oder irgendwie eine Triangel und dann musst du es ja irgendwie doch wieder einfärben. Es ist nett, aber es ist jetzt natürlich kein Game Changer, der mich dazu bringen würde, zu Cubase zu wechseln. Beim nächsten Punkt sagt er, dass es in Logic nicht möglich sei, automatisch Fades zu setzen. Das geht in Cubase. Wir schauen mal kurz ran und dann erkläre ich dir, warum das so nicht ganz richtig ist, was er hier erklärt. Something that has always bugged me about Logic is, there is no way to automatically do fade in fade outs. Um, you can do that in Pro Tools and you can do it in Cubase. You can set Cubase, in fact, so that as soon as you cut something, it automatically does like a very tiny fade at the beginning and end to stop any possible clicks. I just have it set up so that it doesn't matter what cut I do, that's always going to happen. And therefore I can never get any clicks. I don't have to worry about fading in and fade out if I don't, you know, obviously need to. Also, das ist so nicht ganz richtig, denn er hat schon recht, das kannst du in Logic nicht einstellen, dass automatisch, wenn du irgendwo schneidest und was verschiebst, das automatisch vorne und hinten ein kleiner Fade eingebaut wird. Da frage ich mich aber sowieso, du brauchst ja immer bei Crossfades und Fades brauchst du ja auch unterschiedliche Längen von diesen Fades. Ob du dann nicht doch nacharbeiten musst? A. Und B. hat Logic eine Funktion, die sich Quick Swipe Comping nennt. Und da macht er nämlich sehr wohl automatische Fades. Das bedeutet, du nimmst zum Beispiel fünf Takes auf von einem Gesangstrack, von einem Gitarrentrack, was auch immer. Du nimmst die hintereinander auf, dann kannst du die aufklappen. Ich habe jetzt das in keinem Projekt gerade vorliegen, wo ich es dir zeigen kann. Und dann hast du fünf verschiedene Takes, die kannst du über Quick Swipe Comping festlegen, welche Stelle von welchem Take du möchtest. Und dann kannst du das migrieren in eine Spur. So, und wenn du das machst, also reduzieren auf eine Spur heißt es bei Logic, dann setzt er dir automatisch Fades für diese Schnitte und dann hast du auch keine Klicks und keine Plops. Allerdings musst du auch da manchmal ein bisschen nacharbeiten. Von daher nehme ich ihm das jetzt nicht so ganz ab, dass du einfach einstellst, okay, wenn ich hier schneide, macht er automatisch einen Fade oder einen Crossfade und danach muss ich nie mehr was verändern. In diesem Part hier jetzt geht es um Automation. Und wir schauen auch hier mal rein, was er dazu zu sagen hat. Automation, Logic, VS, Cubase. So, we've got lanes, yeah, opened up right here, as soon as I've done that. I don't have to go and go into a menu and find them like you do in Logic. I can hide these, but if I hide the whole thing like that, and then I open it again, it remembers them. Logic, it forgets. Das ist glatt gelogen, das ist also nicht richtig. Er behauptet jetzt, wenn du also hier verschiedene Automationslinien anlegst für ein Instrument oder für eine Audiospur, das ist eine Autospur, hat fünf verschiedene Automationen festgelegt, dass wenn du diese Automation versteckst, dass Logic das vergisst und das ist kompletter Nonsens, weil es nicht so ist. Ich habe jetzt hier meinen Fingerstyle-Bass hier. Ich muss die Automationsansicht öffnen. In Cubase siehst du die schon automatisch. Okay, das ist jetzt ein Shortcut. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht, dass man das nicht immer machen kann, weil sonst ist ja auch die Gefahr groß, dass du hier aus Versehen die Automation einzeichnest. Wenn ich jetzt hier draufklicke und sehe das nicht, habe ich einen Automationspunkt hier eingezeichnet. Von daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass man die Automation nicht immer sieht. Also ich habe jetzt hier für meinen Fingerstyle-Bass und für meinen Bösendorfer Grand-Piano Automationsdaten eingezeichnet. Ja, jeweils eine oder mehrere für diese Spuren. Er behauptet jetzt, wenn man das jetzt schließen würde, würde Logic diese Automationsdaten vergessen. Das ist, ich weiß nicht, wie er auf diese Idee kommt. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil die Automationsdaten sind selbstverständlich noch da. Also das stimmt so einfach nicht. Er erzählt aber noch mehr über Automation und wir schauen gerade mal weiter. Ja, hier zunächst sagt er jetzt mal, dass es besser ist in Logic, weil die Automation-Lanes oder die Linien, dass die farblich unterschiedlich sind für die einzelnen Parameter und das, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Vorteil, weil du siehst ja hier jetzt, also jetzt hat er nicht mehr so viel Automationslinien, denn alle, für jeden Parameter hat er die gleiche Automationslinie. Das ist total unübersichtlich. Also das ist hier in Logic ja viel besser. Ich habe unterschiedliche Automationsfarben für die einzelnen Linien und das finde ich viel, viel übersichtlicher. Also das wäre für mich jetzt schon ein relativ großer Punkt, weil ich viel mit Automation arbeite. Wenn jetzt alle weiß wären, wäre das schon ein ganz schönes Durcheinander. Also das finde ich schon ein ziemlich krasser Punkt. Aber da sagt er jetzt selber, das ist jetzt ein Vorteil von Logic. Aber jetzt kommen wir ja zu einem interessanten Teil, wo er etwas behauptet, was auch wieder nicht stimmt. Ich glaube, er hat sich hier versprochen, er hat gemeint, das ist such a pain in Logic, also das ist ein Fehler in Logic, dass du den Hintergrund klicken kannst und dass er eigentlich automatisch Automation einzeichnet. Und er behauptet, in Logic wäre das so, das ist aber auch wieder nicht richtig, denn selbstverständlich kann ich die Automationsansicht geöffnet haben. Ich kann hier natürlich reinklicken und er schreibt hier keine Automationsdaten. Also ich kann hier auch in den Hintergrund klicken und er zeichnet keine Automationsdaten an. Also das stimmt auch nicht, dass das bei Logic passiert. Die nächste Sache, die er behauptet, die wieder nicht stimmt, ist, dass du AUX-Kanäle nicht in Place bouncen kannst, also direkt auf in dein Arrangement-Fenster. Schauen wir mal kurz rein. Das ist falsch. Du kannst selbstverständlich Auxiliary Channels in Logic bouncen. Vielleicht habe ich ihn auch falsch verstanden, aber ein Auxiliary Channel, wir haben ja in Logic zum Beispiel auch jetzt hier eine Gruppe. Nehmen wir mal hier die Drumgruppe, was ja auch in Logic heißt, das ist jetzt Summenstapel, aber es ist nichts anderes wie ein Auxiliary Channel. Und selbstverständlich kann ich den in Place bouncen. Das ist jetzt eine Gruppenspur, aber es ist nichts anderes als ein Auxiliary Channel, wo ja eigentlich Effekte drauf sind. Und jetzt hat er mir hier, du siehst hier, das ist die Drumspur mit verschiedenen Druminstrumenten. Und die habe ich jetzt hier in Place gebounced und ich habe meine Drumspur jetzt hier als Einzelspur vorliegen. Die nächste Sache, die er an Cubase so toll findet, sind Arranger Tracks. Er erklärt gleich, was das ist. Und auch hier behauptet er, das würde es in Logic nicht geben, zumindest nicht in der Form. Und das stimmt leider wieder nicht. Das ist wirklich hilfreich. Du musst nicht das haben, aber es ist da. Mit dem Arranger Track kann man Dinge, die wie Marker sehen, aber sie sind nicht. Du hast auch Marker, natürlich. Aber du hast auch diese. Und was diese ermöglicht, ist, dass du von einem Teil des Songs auf den nächsten. Also er sagt jetzt, das sind Markers, das sind aber keine Markers und du kannst jetzt hier A, B, C einstellen. Das ist sowas ähnliches wie Markers und du kannst jetzt hier, glaube ich, wenn du A, B oder C drückst, springt er dir an diese Stelle. Also zunächst mal kannst du das in Logic auch über Marker, über normale Marker machen. Aber schauen wir mal weiter. So, say I'm working here and I'm not going to demonstrate every time you think here because this isn't a tutorial about Cubase and it would take too long. But just to explain that I could have this section of the song here and I'm thinking, do I want to cut this section out maybe? Or maybe I think this section should come here. Well, I don't have to actually cut everything and move it. I can simply put a Ranger Track Marker here and here and tell it here that I want to play here and then I want to jump it here and I want to jump after that back to here. und dann spielt der Part eben da ab. Also ich zeige dir auch gleich, dass es in Logic auch alles geht. Without actually having to cut and paste anything, you can try out. And you have more than one. You can have loads and try them out. Decide which one you want and then you can... There's a command which simply does all the... Actually permanently rearranges it for you. Based on what you've decided. It's pretty amazing. Logic doesn't have anything like that. Logic doesn't have anything like that. Logic hat sowas nicht, das ist leider falsch. Also was ihr redet sind jetzt Arrangement Tracks und ich öffne jetzt hier die Arrangement Tracks und werde dir zeigen, dass wir hier genau das machen können, was er hier auch machen will. Also ich kann hier Arrangement Tracks reinziehen und ich kann die auch größer oder kleiner machen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, ich möchte jetzt, dass der Chorus so lange ist und ich kann die auch hier verschieben und so weiter und jetzt rutscht hier die Strophe hier rüber. Ja, wir können es vielleicht mal gerade so auch machen, dass es stimmt, dass wir hier beim Intro sind. Was ich jetzt machen kann ist, ich hoffe du siehst es hier, ich kann jetzt hier diese Strophe nehmen und kann die hinter den Chorus schieben. Und alles, was jetzt unter dieser Strophe ist, das hast du jetzt gesehen, wird hier mitgeschoben. Er setzt automatisch einen Cut und schiebt dann die Strophe hinter diesen Chorus. Ich kann es auch kopieren, dass ich zweimal Strophe hintereinander habe. Und ich kann natürlich auch das Intro hier rüberziehen, wie auch immer und kann das hier vertauschen, so wie ich möchte. Und kann hier verschiedene Arrangements ausprobieren und was am besten klingt und was nacheinander abgespielt wird. Also das stimmt einfach auch wieder nicht, was er hier erzählt und deswegen muss er sich, glaube ich, da noch ein bisschen mehr mit Logic beschäftigen. Aber wir machen mal weiter. Sein nächstes Argument ist das Subgrouping, Orcs und Sends, dass die schneller gehen. Schauen wir mal rein, was er hier zu sagen hat. Subgrouping things is quicker. So, so what I can do in Cubase is I can grab a bunch of tracks like that, key command, create a subgroup, they're all automatically routed to it. Can't do that in Logic. Can't do that in Logic. Wieder falsch, natürlich kannst du das in Logic genauso machen. Ich kann mir jetzt also hier Tracks nehmen. Ich mache hier einfach nochmal zwei dazu. Ich kann die hier einfach markieren. Und ich kann jetzt hier einen Summenstapel oder Ordnerstapel anlegen. Bang, fertig. Das ist meine Subgruppe. Sie sind auch alle geroutet. Das siehst du hier auf Bus 2. Hier oben ist meine Subgruppe. Und kann die auch wieder einklappen. Also nächster Punkt, den ihr leider hier falsch als Vorteil von Cubase verkauft. Das nächste, was er sagt, ist, dass das Routing in Cubase übersichtlicher ist. Schauen wir mal. And another great thing. You can see the name of the send ox. Ja, da hat er tatsächlich recht. Du siehst also hier bei den Sends den Namen. Also du siehst jetzt hier, der Send ist Reverb. Das siehst du jetzt bei Logic nicht. Das ist tatsächlich doof. Also und zwar, ich habe jetzt hier nur einen Send, aber jetzt nehme mal an, du hast hier sechs Sends. Du hast jetzt Bus 15, 7, 12, 28 und 5 und du weißt aber jetzt nicht, welcher Send zu welchem Orgs führt. Das ist in der Tat etwas blöde. Es gibt aber einen Trick. Es gibt einen Umweg in Logic, mit dem du das machen kannst. Und es gibt einen Shortcut. Und zwar ist das Shift Option. Und wenn du mit Shift Option jetzt auf diesen Bus klickst oder auf das Rädchen, dann blinkt der zugewiesene Orgs. Siehst du das? Ich habe also hier Bus 5. Ich klicke hier mit Shift Option drauf und jetzt blinkt mein Orgs Nummer 7. Das ist Bus Nummer 5. Das ist zumindest, es ist nicht so gut wie in Cubase, das gebe ich zu. Aber zumindest kann ich hier sehen, wenn ich auf den Send klicke, ah, okay, das ist Bus 5 und das wäre jetzt Orgs 7. Und das wäre jetzt dann der Effekt, der drauf wäre. Aber im Prinzip hat er da jetzt recht. Das ist tatsächlich in Cubase übersichtlicher. Hier steht schon der Name des Sends dran, um den es sich handelt. Und das muss ich jetzt zugeben. Und auch ungern. Den nächsten Punkt, der anbringt sind Console-Style Stock Plugins. Ich zeige euch gleich, was das ist. Das finde ich, jetzt muss ich wiederum zugeben, finde ich auch recht schick in Cubase. Du kannst einen Console-Style EQ, Kompressor, all of that, this is just the EQ. Das ist cool. Siehst du, dass im Mixer kannst du jetzt hier diese, wie bei einer Konsole, eben einfach diesen EQ oder, ja, Gain hat er hier noch drin und einen Kompressor. Also, dass du praktisch wie so eine Neve-Konsole oder in irgendeiner Konsole praktisch jetzt hier mehr haptisch vielleicht noch mit einem Controller so mischen kannst. Das finde ich, das ist schon nicht schlecht und das ist auch direkt über dem Kanal zurück, sodass es ein bisschen so aussieht wie eine Konsole. Das geht in Logic nicht. Das ist wirklich nicht schlecht. Du kannst natürlich hier in diesem, du hast diese Vintage EQs jetzt hier in Logic, wo du, ja, das so ein bisschen konsolentechnisch auch hast. Und auch, ja, die ganzen Kompressoren und sowas, die du als Plug-in öffnen kannst, aber tatsächlich kannst du es nicht hier oben reinladen, dass es hier direkt erscheint. Und das, das finde ich schon schick, muss ich zugeben. Das finde ich schon schick, ist ein nettes Gimmick. Andererseits muss ich sagen, man kann eben auch nicht alles haben. Hier kommt jetzt der entscheidende Satz nochmal des Gentlemans, da möchte ich nochmal kurz was dazu sagen. It's because I move from door to door. It's because I move from door to door. Ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt. Es ist, weil ich ständig die DAWs wechsle, mein Musikproduktionsprogramm. Er hüpft also zwischen Cubase, zwischen Logic und Pro Tools irgendwie immer hin und her. Und da möchte ich dir jetzt mal die Frage stellen. Schreib mir mal bitte in die Kommentare, warum hüpft man zwischen doors hin und her? Das ist, was mir jetzt total gegen den Strich gehen würde. Ich lerne doch lieber eine DAW. Eine DAW so gut wie möglich. Und lerne diese DAW, alle Funktionen dieser DAW, die ich brauche. Du kannst, die sind so komplex heutzutage. Egal ob Studio One, ob Pro Tools oder Logic oder Cubase. Das ist ja völlig egal. Die sind so komplex, dass du meistens sowieso nur 50% davon für deine Arbeit brauchst. Nicht jeder arbeitet mit Video. Der eine komponiert mehr, der andere mixt mehr und so weiter. Also ich lerne noch das Zeug von dieser DAW, die für mich am besten erscheint, so gut wie ich kann. Und mische dann damit ab. Mache mir einen Plan zurecht, wie ich gut arbeiten kann. Erstelle mir ein Mixing-System oder auch ein Arrangement-System, mit dem ich gut arbeiten kann. Lerne die Shortcuts und lebe dann mit dieser DAW und mache dann gute Produktionen. Und lebe auch mit den Fehlern und mit den Nachteilen. Denn jede DAW hat Nachteile. Bei der einen ist das eine besser, bei der anderen ist das andere besser. Aber dann ständig hin und her zu hüpfen zwischen den DAWs und sich nur die Rosinen rauszupicken. Dann aber andererseits über die anderen DAWs schimpfen oder behaupten, das würde da nicht gehen. Was wir jetzt gesehen haben, hat er öfter behauptet, stimmt einfach nicht. Das ist für mich irgendwie nicht der richtige Punkt. Ich meine, wenn es Spaß macht, okay. Aber ich sehe da nicht so wirklich den Sinn darin. Also lern lieber eine DAW und arbeite mit ihr. Die, die am besten zu dir passt, stimmt es oder stimmt es nicht? Schreib mir das in die Kommentare. Vielleicht ist es auch falsch. Vielleicht arbeitest du auch. Wie viele DAWs arbeitest du? Mit drei, mit fünf, mit 16? Aber das ergibt meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, was er hier macht. Das kann ich wirklich nicht richtig nachvollziehen. Und am Ende, hatte ich schon erwähnt, hast du drei DAWs. Du kennst dich zu 60 Prozent in jeder aus. Regst dich auf, dass du in Logic nicht dies machen kannst, in Cubase nicht jenes machen kannst. Was am Ende gar nicht stimmt. Du weißt es einfach nur nicht, weil du dich nicht richtig mit einer DAW beschäftigt hast. Und das finde ich einfach nicht den richtigen Ansatz. Aber wie gesagt, schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du dazu meinst. Machen wir mal weiter. Ja, der nächste Punkt ist, dass du mit Plugins von Drittanbietern in Cubase schneller arbeiten kannst oder besser zurechtkommst als in Logic. Sind wir mal gespannt. I can copy and paste this just simply using command V, which is super useful. Geht in Logic's Mixer auch. Also du kannst die Plugins und die Sends von einem Channelstrip zum anderen mit einem Tastaturkursbefehl ganz einfach hin und her kopieren. Also kein Alleinstellungsmerkmal von Cubase hier. So, another really great thing about Cubase is that you can reorder your plugins and you don't lose your automation. So if I set up some complicated automation on this and I want to move the order of them, I can move it. The automation is still there. Logic, you'll lose the automation. Das ist die nächste Falschaussage. Er behauptet also, wenn du, hatte ich gerade gesagt, wenn du Plugins, Automation geschrieben hast bei Plugins. Ich habe jetzt hier sogar ein Plugin von einem Drittanbieter. FX Vintage Aural Exciter von Waves und zwei Logic-interne Plugins. Wenn ich jetzt hier die Plugin-Reihenfolge verändern würde, würde die Automation verloren gehen. Das ist totaler Quatsch. Ich zeige dir das hier mal in Echtseite. Ich mache es mal größer. Du siehst also, hier ist mein Modulation Depth jetzt vom Chroma Reverb. Hier ist was vom FX-Parameter vom Vintage Aural Exciter und hier einer vom Space Deciter vom Reverb. Und jetzt verändere ich die Reihenfolge. Zack. Und alles ist genau gleich. Also hier passiert nichts, dass hier irgendwas gelöscht wird. Und was ich sogar auch noch machen kann, ich kann es hier auch intern nehmen und verschieben. Zack. Zack. Und die Automation bleibt gleich. Also das ist völliger Quatsch, was ihr hier erzählt. Geht in Logic genauso. Ohne Probleme. Eine andere Sache, die als Vorteil von Cubase verkaufen will, ist, wie du auswählen kannst, also Stellen auswählen kannst, mehrere Spuren auswählen und bewegen kannst. If you select an area, for example, you can move that around to different tracks, you can move it across different tracks, you can extend a selection. You know, it's fully editable once you've made the selection. And this goes beyond Logic, way beyond Logic. Selection capabilities are really just tremendously great. This goes beyond Logic. Also besser als Logic. Was ist da jetzt genau besser gewesen? Also ich kann das hier alles mit dem Marquee-Tool auch machen. Ich kann verschiedene Bereiche markieren. Ich kann, ja, er hat das jetzt hier über die Spuren gemacht. Ich brauche einfach nur das Marquee-Tool mit dazu. Ich kann mit dem Marquee-Tool jetzt verschiedene Bereiche kopieren ganz schnell. Ich kann die ausschneiden. Ich kann sie verschieben. All das ist natürlich möglich. Und so weiter. Und was er jetzt gezeigt hat, was er vielleicht gemeint hat, ist, wenn du mit dem Marquee-Tool, das ist tatsächlich ein bisschen blöd, einmal einen Bereich eingezeichnet hast, dann kann ich den jetzt nicht kleiner oder größer machen wieder. Das heißt, er fängt jetzt hier wieder von vorne an. Es gibt allerdings einen Shortcut, den ich nicht mehr gefunden habe. Vielleicht weiß denn einer von euch Logic-Usern, schreib mir mal bitte rein. Du musst einfach nur einen Shortcut gedrückt halten. Den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, weil ich das so selten brauche. Und dann kannst du auch dieses Resizing machen, also dass du hier diesen Bereich verkleinern oder vergrößern kannst. Also all das geht auch in Logic. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt, den er besser findet. Und auch den finde ich auch ein bisschen strange. Aber schauen wir mal rein. Ja, hier sagt er jetzt, es sei in Cubase einfacher, mit mehreren Projekten, die geöffnet sind, zu arbeiten. Das kann man jetzt zunächst mal in Logic auch. Ja, und so weiter und so fort. Also auf gut Deutsch erklärt er jetzt, dass er zwei oder drei oder vier verschiedene Cubase-Projekte geöffnet haben kann. Und er kann zum Beispiel jetzt eine Spur ganz einfach von diesem Projekt in das andere Cubase-Projekt ziehen, ohne dass es rumzickt. Das ist toll. Das geht in Logic nicht oder nur sehr schlecht. Das stimmt. Logic zickt gerne rum, wenn du das machst. Meine Frage, das würde mich jetzt auch wieder deine Meinung interessieren, brauchst du das? Also ich habe das, glaube ich, jetzt in den 17 Jahren noch nie gebraucht, dass ich zwei Logic-Projekte öffne und dann von einem Logic-Projekt, das offen ist, eine Spur in ein anderes Logic-Projekt gezogen habe. Also erstens mal kannst du in Logic mit Spuralternativen arbeiten, falls du verschiedene Versionen eines Projektes haben möchtest, wozu das ja ja offensichtlich gut sein soll oder wozu brauchst du das sonst. Und zweitens kannst du das in Logic machen, indem du einfach hier hochgehst und in die Mediendateien und jetzt kann ich mir zum Beispiel hier von einem Logic-Projekt hier irgendwie eine andere Spur einfach hier reinziehen und kann sogar noch entscheiden, was soll da mit rein. Wie kann ich diesem Projekt hinzufügen? Hier ist sie schon. Und dann siehst du, dann ist es im Projekt drin. Also das geht jetzt vielleicht nicht so schnell, wie wenn ich das jetzt von einem Projekt ins andere ziehe, wobei ich das nicht mal weiß, das musst du ja dort auch erst mal suchen. Und dann kann ich es aber genauso machen. Also ja, wenn ich jetzt zwei Logic-Projekte offen hätte, müsste ich ja auch zwischen zwei rumfummeln und müsste es genauso suchen. Also was daran jetzt vorteilhafter sein soll, erschließt sich mir auch nicht. Also das waren die Dinge, die er hier gesagt hat. Und als Fazit kann ich einfach nur sagen, komplett überzeugt hat mich das überhaupt nicht. Es hat mich nicht überzeugt. Und das ist auch gar nicht schlimm. Cubase ist mit Sicherheit eine hervorragende DAW, genauso wie das Studio One oder Pro Tools oder wie auch immer ist. Die lassen sich nicht vergleichen. Aber das hier zu benennen als 15 Gründe, warum Cubase besser ist als Logic, das ist jetzt ein bisschen viel, finde ich. Also da, ja, ist ein bisschen viel einfach, finde ich. Eine Sache möchte ich jetzt aber doch noch ganz kurz sagen, wenn es darum geht, warum oder Gründe, warum Cubase besser ist als Logic oder irgendeine andere DAW. Eine Frage möchte ich dem Herrn dann doch noch gerne stellen. Weil ich meine, wo sind bei Cubase, wo ist bei Cubase zum Beispiel der Drummer, der intuitive Studio-Assassin-Drummer, den Logic hat? Wo sind Live-Loops, wenn du Live-Performances machen möchtest? Wo ist der Step-Sequencer? Wo sind die 25.000 Apple-Loops, die du umsonst benutzen kannst, um Musik zu machen, zum Beispiel als Anfänger? Und nicht zu guter Letzt, wie sieht es eigentlich mit dem Preis aus und mit dem Updates? Ich glaube, Cubase Pro 12 kostet jetzt 579. Und bei Logic, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, es ist 273, 278, also weit unter 300 auf jeden Fall noch. Das sind auch Argumente, die man hier im Gesamturteil schon noch mit einbeziehen muss. Also, Fazit für mich nochmal, nicht überzeugen und jetzt kommt deine Meinung oder eure Meinung. Was sagt ihr dazu? Waren das jetzt wirklich 15 solide, stabile Gründe, warum Cubase besser ist als Logic oder nicht? Oder sind beide gleich? Oder ist Logic besser? Schreib mir das bitte mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Für die Möglichkeit, falls du als Cubase-User jetzt oder als User von einer anderen DAW dieses Video geschaut hast und bist vom Gegenteil überzeugt, wenn das heißt, dass Logic besser ist als Cubase, dann empfehle ich dir ganz dringend für den Einstieg mit Logic meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir 10 Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst und wie du Logic für dich schnell optimierst. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, auch für dieses etwas ungewöhnliche Format für meinen Kanal. Schick dir viele Grüße aus alle Kante wie immer und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Tutorial. Bis dann!